Ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Kennen Sie zufällig die Lieblingsbummine Ihrer Schwester? Ja, natürlich kenne ich die. Ja, und? Ah, ich verstehe. Sie wollen die Romantik-Schiene fahren. Meine Mutter ist dann gerade zusammengebrochen. Ich musste gerade in die Klinik fahren. Und dir? Wie geht's dir? Okay, keine Schlägerei. Aber man muss ihm doch die Meinung sagen. Meinst du, das verhilft mir zur Qualifikation? Hey, wo bleibt dein Kampfgeist? Glaubst du, das bringt was, ihm Vorwürfe zu machen? Nur verteidigst du ihn jetzt?